Willkommen zurück, auch damit ihr auch seht hier. Ich fange immer so an, ne, mit der Heretic Mod. Ja, Winstrick 1. Wir haben das Missing-Postel leider immer noch nicht gefunden. Wir gucken mal, was wir jetzt machen müssen. Apollyon. Was fehlt denn noch? Naja. Darkfloor. Das ist natürlich jetzt cool. Cool. Die Range ist natürlich tal beschissen. Wir haben ein Herzen. Das kann auch schnell zu Ende gehen. Das kann sehr schnell zu Ende gehen. Oje, was habe ich da gemacht? So, dann holen wir uns zwei Bomben. Das kann verdammt schnell zu Ende gehen. Oh mein Gott. Was habe ich getan? Aber Damage hat der eh drei Striche, ne? Und der hat Kohle dabei. Das ist schon mächtig. Wäre schade. Jetzt bitte... Dings Tears. Wie heißt das? Shield the Tears, bitte. Ich brauche unbedingt fünf Münzen und dann in den Shop. Komm, gib mir ein paar Münzchen. Hat das so wenig Lack oder was, der Junge? Oh mein Gott. Ich bin tot. Das ist so einer, der Spinnen spawnt. Ich habe gedacht, der rennt auch auf mich zu. Dann ist das nett. So, komm. Komm, wir testen das mal. Ja. Scheiße. Irgendwo ein Stein. Ah. Das ist absolut defensiv spielen. Das geht aber nicht, weil du ja nah ran musst. So, das ist ein Münzchen. Schlüssel haben wir auch. Ab in den Shop. Und bitte, bitte ein blaues Steinchen. Bitte, äh... Oh. Bitte, bitte ein blaues Herzchen. Oh. Rettung. Das kaufen wir uns auch noch zur Sicherheit. Geiler Anfang. Geiler Anfang. So, dann gehen wir mal da hoch. Oh, jedes Mal. Oh. So, jetzt bin ich mal gespannt, wer hier kommt jetzt. Oh. Auch noch der. Nein. Das ist ja der Spinnen spawnt, ne? Okay, die gehen aber gleich kaputt. Das ist nett. Grimstone macht er trotzdem, ne? Oh nein, der schießt. Fuck. Down. Bloodcloth. So, ich geh nochmal da unten gucken. Ob da nicht doch ein blaues Steinchen ist. Denn ich hab sechs Bomben. Und irgendwann muss auch noch der... Geheimraum oder der Supergeheimraum sein. Der Geheimraum könnte hier sein. Ja. Münzen. Gott, ich muss mich irgendwie safe machen. Oder noch 15 Münzen und Better Pills irgendwie vielleicht. Okay. Ach du Scheiße. Wo könnte denn der Supergeheimraum sein? Jetzt muss ich mit einem halben Herzen wieder da runter. Echt jetzt? Muss riskieren. Was soll ich machen? Oh, fuck. Wo könnte der Supergeheimraum sein? Da gibt's ja nicht mehr viele Möglichkeiten. Hier geht es nicht. Echt jetzt? Nein. Hier kann er nicht sein. Hier gegenüber könnte er sein. Auch nicht. Wie ist das denn hier? Da könnte er auch sein. Scheiße. Halbes Herz in die nächste Ebene. IPIA-Schweinebacke. Da komm ich leider nicht dran, das Halbe. Boah. Das wär so schön, wenn das gut laufen würde jetzt. Komm. Kein Curse? Gut. Ja. Nein. Scheiße. 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 Weiß ich mal. Die Dinger brennen. Da fliegen die auch so bescheuert, ne? Guckt euch diese Blattcloth-Dinger an, die dann auch noch größer werden. Das ist geil. Und ich hab nur ein halbes Herz. Fuck. Oh oh. Böse, 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 böse. Kein Random-Schuss, bitte. Danke. Oh, ein Herz. Komm, yes. Jetzt nur nicht von irgendeiner Scheiße treffen lassen. Nein. Keine Rainbow-Tiers, bitte. Nochmal ein Herz hin zur Absicherung. Ich darf nur nicht irgendwie dumm getroffen werden von so einem dicken Mob, ne? Der ein ganzes Herzschaden macht. Wir haben keine Schlüssel. Fuck. Das läuft alles so semi hier. Oh oh. Keine Spinnen spawnen, nein. Gut. Hier ist der Boss. Death. Kann ich das machen? Ich muss erstmal in die... ...in die Geheimräume doch rein, bitte. Ich hab keine Range für die Jungs hier. Okay, da ist ein Schlüssel. Ja, ich geh erstmal in den Altenraum. Ist mir ansonsten zu riskant hier. Großer Altenraum. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Deswegen der Chest. Bill's Chest. Aber die ist schon ganz cool, ne? Eigentlich. Oh mein Gott. Fuck. Fuck. Ich muss noch weitermachen hier. Hier muss doch irgendwo ein Steinchen sein. Das darf doch gar nicht wahr sein, dass jetzt hier keine Steinchen sind. Okay. Ein leichter Raum. Na, da komm ich nicht ran. Boah. Alter. Ist das Amok. Ist das Amok. So, nochmal so ein großer Raum. Oh mein Gott. So, stirb du ganz schnell und gib mir eine schöne Pille. Naja. Jetzt warten wir mal ab. Wenn der mich trifft, bin ich tot. Oder der hier. Jetzt machen die Kleinen weg. Nein, nein, nein. Gut. Ein Schlüssel wäre auch ganz cool für einen Shop, der da wahrscheinlich gleich irgendwo ist. Ich krieg keinen Schlüssel, oder? Nein. Fuck. Kann er hier überhaupt sein? Kann ich ja gleich mal gucken. Hier kann er schon mal nicht sein. Hier rechts nebendran. Ist er wahrscheinlich dort gegenüber. Hier wahrscheinlich. Yes. Okay. Und die Death Card ist in Ordnung. So, jetzt darf ich natürlich noch den super Geheimraum finden, ne? Den gibt's ja auch noch irgendwo. Hier oben wahrscheinlich. Nein. Okay. Ja, ist mir jetzt egal, ob das lange dauert. Mit deinem Herzchen, da brauchst du nicht weit gehen. Da kannst du erst mal gucken, dass du irgendwie überlebst. Jetzt ein dummer Boss blowt oder so. Du bist weg. Da kommt irgendein Schlüssel drin oder irgendein Scheiß. Die Prayer Card. Ist ein halbes Herzchen, ne? Nutze ich. Dann hab ich anderthalb Herzen beim Boss. Ein kleiner Bossraum. Das heißt aber nicht, äh... Vielleicht Death zünden. Scheißegal, Little Horn. Trotzdem Death. Okay, Death ist echt ne Scheißkarte. Also, das wär ich schon sagen. Tschüss. Range ist sehr cool. Okay. Ah, scheiße. Da waren noch Batterien irgendwo, ne? Fuck. Das wäre ein HP abgewiesen. Aber krieg ich jetzt eh... Also, nicht ganz so dramatisch. Curse of the Darkness haben wir. Das lassen wir mal schön hier. Scheiß Curse of the Darkness. Echt, ich hasse das. Nein! Ach, wie unfair. Oh, oh. Eingekesselt. Die Drecksäcke. Chariot. Gibt's hier irgendwo was? Naja, keine Ahnung. Nails. Coole Sache. Ist auch ein Damage ab, ne? Wir haben trotzdem nur ein Herz. Oh, oh. Warum sind die so schnell? Oh. Warte. 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 Bombe. Wenn ich irgendwo was sehe, was offensichtlich ist, nehme ich das mit. Das gleich mal zünden. Vielleicht haben wir Glück. Im Notfall einfach Chariot zünden. Nails hat also auch einen super Knockback. Das ist schon geil. Hier ist der Boss. Das ist auch nur so ein Monster-Piep. Stirb einfach, P.P. Fuck, fuck, fuck. Weg hier, ich hasse das. Ich hasse diese Viecher. Danke. Ich nehme es mit. H.P. Up ist okay. Weiter. Was soll ich machen? Kann gut ausgehen, kann aber auch ganz böse ausgehen, das Ding hier. Geht ganz, ganz schnell. Aber die Prayer-Card, die war jetzt schon mal so Rettung. Durch diese H.P. Ups, die ich jetzt bekommen habe. Die war echt wichtig. Emperor ist auch gut. Nicht von dem treffen lassen, der macht ein ganzes Herzschaden. Die Trolls, ne? Was willst du da machen? Hallo. Komm mal raus. Hallo. Ich darf den nicht angucken, oder was? Ja, super. Prayer-Card für den Arsch wieder, ne? Alles für nichts. Alles für die Katz. Na ja, ist ja nichts verloren. Wir kriegen halt wieder keinen Devil-Deal. Ja, das machen wir auch mal. Mal gucken. Götz. Hat sich einigermaßen gelohnt hier. Trotzdem auch. Es ist schon ein bisschen besser. Ich bin immer ganz so nervös. Das könnte was werden. Aber. Nie zu sicher sein. HP Down haben wir jetzt schon. Nichts. Dafür zwei Bomben verschwende. Das ist ja nett. Das ist ja super nett. Und da darf ich nicht rein. Toll. Scheiß Breyer-Card, ne? Ja. Ja. Oh, das ist auch fies, ja. Nicht. Gab's da was? Nö. Okay. Gab nichts. Oh, ein Schlüssel. Ja, oben rein gehen wir jetzt bestimmt nicht. Wo ist der Boss? Da geht's echt da unten weiter. Da geht's normal nie weiter. Da ist normal immer so ein großer Raum. Unten drunter. Oder links, rechts, oben. Zwei Räume. Und da geht das da nicht weiter. Aber das ist heute anscheinend nichts. Denn das ist die Heretic-Mod. Fuck. Larry, komm. So. Noch ein HP ab. Wieder kein Stein. Noch keinen einzigen blauen Stein hier gesehen. Glaube ich. Aber ich darf mich echt nicht beschweren. Ich habe echt gute Items bekommen. Außer das mit der HP, ne? Das ist halt ein bisschen fies. Empress. Das war das andere. Empirer nehmen wir mit. Scheiß auf Empress. Oh, oh. Oh. Hallo. Hallihallo, hallöle. Nee. Ach, da war doch der Boss. Warum gehe ich denn da nicht hin? Gerdie, den hatte ich schon lange nicht mal, muss ich sagen. Hallo, Gerdie. Hallo, Gerdie. Ja. Sehr nett. Danke. Ja. Okay. Noch ein HP ab. Ja, muss ich machen. Da bin ich nicht ganz so viele rote Herzen. Lieber mir blaue. Aber ich kann mich sehr nett aussuchen hier in diesem Run. Pass auf der Unknown. Toll. Toll. Ach, guck mal da. Echt? Ach, echt? Weh, ich sterbe jetzt gleich hier wegen so einem Scheiß. Ist das auch noch eine Sackgasse? Nee, da oben geht's weiter. Okay. Oh. Das ist nett. Nee, da oben geht's. Ach, fuck, die machen ja Brimstone. Ich hab gedacht, das sind die... Ah! Ich hab gedacht, das sind andere. Shit. Guck mal. Ja, ne? Das ist ja auch nett. Dann machen wir sie eben so voll. Ist das nicht anders geht? Nehmen wir mal sowas hier. Ja. 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 Okay. Oh, hier geht's noch weiter. Nett. Deppen. Echt? Oh, guck mal. Da verschwende ich gern meine Brunnen. Tschüss. Wir waren noch nicht im Eis im Raum. Definitiv nicht, oder? Nee. Blatt auf dem Märtyrer war vorher. Da oben geht's auch noch raus. Okay. Hier ist nochmal was. Ist da noch was getroppt? Paralysis. Toll. A Holo. Doppel Holo. Nein. Dann geht's wohl hier zum Eis im Raum, ne? Das wär so'n' Run. Echt jetzt? Was brauchen wir mit dem? Was brauchen wir auch noch? Na gut, Hasch kann ich vergessen. Hier ging's halt weiter. Hier war nicht der Eis im Raum. Ja, aber ich mach das. Also, wenn ich zwar jetzt ein Sacrifice rumfinde, dann mach ich das. Wo muss ich denn hin? Wo ist der Eis im Raum? Nee, jetzt wieder zurück. Hier hoch. War ich doch auch schon. Hallo? Hallo? Hier rechts? War ich auch schon. Hier unten? War ich auch schon. Okay. Wo ist der Itemraum? Alter. Hier unten. Nein. Hier links. Nein, da bin ich in dem anderen großen Raum. Und da gab's doch sonst nix mehr, oder? Nee. Dann muss es hier irgendwo rausgehen. Hier war der Boss, oder? Ja. Sehr dubios. Hier oben war auch Ende, glaube ich, ne? Hier war der Shop. Hier war Ende. Da gibt's nur noch eine Möglichkeit. Hier rüber. Ja. Ja. Da ist er doch. Jetzt ist natürlich der, äh, Dings schon wieder drin hier, ne? Jetzt ist natürlich der Lost, äh, Hush wieder drin. Wenn ich mich jetzt beeile. Hier oben war der Boss. Dann hier rechts. Hier war der Boss. Was ist das für eine Ebene? Citadel 1. Ja, das ist alles möglich. Masch ist drin. Okay. Okay. Ja, komm. Komm raus aus deiner Ecke. Hör dich. Box. Toll. Ach, shit. Missing Post, da hab ich. Ich glaub's ja nicht. Im zweiten Run. Nach dem Freispielen. So, dann gucken wir mal, ob wir hier was finden. Okay. Okay. Ich hab sogar noch ein blaues Herz. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja echt nicht. Auch echt. Oh, guck mal. Cracked Dice. Ja, das ist nett. Das ist sehr nett. So, die Prayer Card. So langsam baue ich sie nimmer. Und dieses Battery Baby hat mir jetzt auch nix. Ah, das sind so schöne... Jetzt droppen natürlich so schöne Trinkets. Komm, das machen wir noch voll und dann lassen wir das. Alles klar. Das war auch klar. Oh, guck mal da. Ah, schade. Temperance. Oh, Full-Health-Pille. Hä? Nee, für das Zahn will ich nicht. Die Full-Health-Pille brauche ich auch nicht. Den Itemraum brauche ich noch. Den brauche ich definitiv noch. Was ist denn heute los? Normal habe ich immer recht viel Glück und finde den recht am Anfang. Oh, nein. Ja, tut mir leid, dass ich den Run jetzt hier irgendwie versauere, wenn ich einen Sacrifice-Boom finde. Aber dann muss ich halt sterben dort. Geht kein Weg dran vorbei. Ach, schon wieder tot. Okay, alles klar. Die Pille wollte ich nicht. Zum Gas geben. Vielleicht gibt es noch Hasch. Ja, es gibt keinen Hasch mehr, oder? Wollhasch ist immer drin. Nein. Kein Missing-Poster weglegen, bitte. Warum nicht? So, jetzt müssen wir da kurz durchgucken, ob wir mit jedem noch irgendein Sacrifice-Room haben. Okay, anscheinend nicht. Hier anscheinend nicht. Oder? Nein. Ich habe ihn nicht übersehen, oder so. Ach, scheiße. Hasch ist ja erst noch zwei Ebenen. Das wird wahrscheinlich trotzdem nichts. Ich muss in den Dark Floor, richtig? Ja. Ja, ich muss in den Dark Floor. Gibt es ein Dingsbombs? Nein, gibt es nichts. Okay, weiter. Ich muss ja die ganzen Ebenen auch abfarmen, irgendwie. Empire habe ich jetzt leider nicht mehr. Der habe ich irgendwie liegen lassen wegen dem Dice-Shard. Oh mein Gott. So. Oh, hier geht es denn rum. Shit. Hier rein. Ich bin ein Lahmbaum. Wie ist das Lahm? Ja, das mit blauem Herzen will eh nichts mehr. Hier geht es weiter. Ja, ist halt alles nicht so optim-opti, ne? Also ich würde es jetzt begrüßen, so ein Sacrifice-Room zu finden. Ne. Ach, ist auch noch eine Sackgasse. Okay, das war's mit Hashi-Baby. Noch eine Sackgasse. Ups. Und ein schönes Space-Behalten ist auch was anderes jetzt in dieser Situation. Aber nicht meckern. Oh mein Gott. Na, drei Herzchen. Oh mein Gott. Das wird wieder verdammt eng. Ansonsten muss ich halt die Breyer-Cut vor der nächsten Ebene doch ziehen. Also ich glaube, es gibt auch wieder Full-HP, ne? Oh ne, ich kann nicht fliegen. Oh Mist. Nicht zum Treffen lassen. Komm, komm, stirbt. Können wir gleich mal ausprobieren. Nein, gibt es nicht. Okay, scheiße. Koffeinpill. Speed Upside Down. Wir haben hier keinen. Was haben wir hier noch? Oh, komm, machen wir. So, letztens war ich mir aber auf, als ich noch mal ein blauer Herzchen bekomme. Ach, scheiße. Habt ihr denn Crack-Dings gehabt? Warum hab ich sie nicht genutzt eben? Oh, fuck. So unnötig. So motherfucking Gott, Jam True. Wir gehen direkt in den großen Raum. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin tot. Empress mitnehmen. Ich hab mal genug Damage, ne? Lieber noch sowas, dann kann ich noch irgendwas wegrollen. Es ist nicht offen. Es ist nicht offen. Scheiße. Ich werde jetzt sterben. Oh. Fuck. Was ist denn das für ein Raum? Vier mal Monstro 2.0? In dem großen Raum, in dem in der Mitte noch ein Riesenloch ist. Ist das fies? Naja. Was willst du machen? Kann nicht jedes Mal klappen. Bis zum nächsten Mal. 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 Boolado sch server.